Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Die nächste Viertelstunde Konzentration. Was wir hier machen, ist jetzt nicht für Spaß. Es geht um die Frage schlechthin. Es geht um eine Frage, die, wenn ich mal so anfangen soll, wir Menschen sind ja quasi Mittelmaß. Also jetzt nicht Sie, ich meine jetzt das nicht. So meine ich das nicht. Sondern wir sind im Mesokosmos. Das heißt, unsere Dimensionen, die wir so um uns herum haben, die sind so im Meterbereich. Es gibt den Makrokosmos, also Galaxien, Galaxienhaufen. Dort messen wir Dimensionen, die Größe des Raumes, das, was sich da bewegt. Da geht es um Milliarden, Billiarden, Trilliarden von Kilometern. Also wir rechnen in Lichtjahren. Gewaltige Massen, die sich bewegen, aufeinander zubewegen, aufgrund der Gravitation, der Schwerkraft, aufeinander, ja, förmlich zusammenknallen. Riesengroße Akklomerate von Massen, die da auf sich aufeinander zubewegen. Es ist ein riesen Getümmel am Rand des sichtbaren Universums, wo sich alles hinbewegt. Riesengroße Mauern offensichtlich an unvorstellbar großen Massen. Das ist also das Große. Und dann dagegen das Kleine. Die kleinen Teile. Atomkerne. Die Kerne in den Kernen. Die Elementarteilchen, die die Atomkerne zusammenbauen. Der Mikrokosmos. Bis man an den Punkt anlangt, wo man nicht mehr Ursache und Wirkung unterscheiden kann. Also die wirkliche Quantenwelt, wo alles unwahrscheinlich wird. Selbst das Wahrscheinliche wird unwahrscheinlich und man nicht mehr genau weiß, was sich da eigentlich verhält. Teilchen mit unglaublich hohen Energien, brasseln aufeinander, halten die Kerne, halten die Materie zusammen. Wie verbindet sich diese Welt, diese Mini-Welt, mit dieser wahnsinnig großen Welt? Und dazwischen stehen wir, die wir eigentlich nichts anderes wollen zunächst einmal, als wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was ist das für ein Urgrund, auf dem sich die Mikrophysik abspielt, die Makrophysik? Und dazwischen stehen wir und versuchen irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Das Thema der heutigen Sendung nach diesem langen Vorspann ist, wie viele Dimensionen hat das Universum? Das heißt, aus was ist das Universum eigentlich wirklich zusammengesetzt? Wie viele Dimensionen haben wir denn? Gibt es da noch andere als den Raum? Und wenn ja, wie viele andere? Und was bedeuten die? Tja, meine lieben Freunde, das ist ein knallhartes Thema, dass die Physik seit 100 Jahren durchwalkt förmlich. Wie viele Dimensionen hat der Lebensraum, in dem wir existieren? Sie wissen das, ich weiß das, jeder weiß das, Höhe, Länge, Breite, drei. Dann kommt also eine komische Dimension dazu, was man nie mit anfangen soll, die Zeit. Nur die Zeit scheint so was ganz merkwürdig ist zu sein, die kann man nicht messen in Metern. Man spricht dann von der Raumzeit, weil man diese beiden Kategorien nicht voneinander trennen kann. Zeit und Raum. Wenn ich Zeit messe, messe ich immer Unterschiede zwischen Vorgängen. Sonst kann ich keine Zeit messen. Und wenn ich Unterschiede zwischen Vorgängen messe, dann muss ich sie natürlich in einem Raum messen, also Raum und Zeit hängen zusammen. Aber die Physik, sozusagen der Hardcore der Naturwissenschaften, der harte Kern der Naturwissenschaften, hat sich seit langem die Frage gestellt, Makrokosmos und Mikrokosmos, kann man die irgendwie miteinander vereinigen? Gibt es eine gemeinsame Urkraft, die Schwerkraft beschreibt, die Kernkraft verschreibt, die Elektromagnetismus beschreibt und den radioaktiven Zerfall? Die Theorien, die so etwas tun, haben ein riesiges Problem. Wenn man nämlich, und das ist uns ja in einigen Fällen schon gelungen, tatsächlich diese elementaren Wechselwirkungen in der Natur versucht zusammenzubringen, zu vereinigen, dann tauchen neue Dimensionen auf. Also, es gibt eine tolle neue Theorie, also neu ist sie gar nicht, aber sie wird halt immer wieder neu diskutiert, das ist die sogenannte kosmische String-Theorie. Wenn alle Kräfte im Universum eins sind, wenn Schwerkraft und Elektromagnetismus eins werden, dann braucht man schon eine Dimension mehr. Wir haben ja momentan drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Will man Elektromagnetismus und Schwerkraft verbinden, braucht man schon eine mehr. Will man aber zu diesen beiden noch die Kernkraft dazunehmen und die sogenannte schwache Wechselwirkung, das ist die Wechselwirkung, die den radioaktiven Zerfall bestimmt, dann landet man. Jetzt halten Sie sich fest. Sitzen Sie gut? Bei elf Dimensionen. Elf Dimensionen. Ja bitte, wo sind die denn hin? Ich sehe hier im Studio nur drei. Gut, die Zeit läuft. Vier. Wo sind die denn? Es gibt sogar sogenannte sophisticated String-Theories, also weiterentwickelte String-Theorien, also Jimi Hendrix lässt grüßen, da braucht man 22, 27. Ja bitte, wo sind die denn hin? Ja kann uns denn das Universum nicht mal irgendwas darüber verraten, wie viele Dimensionen es hat? Tja und wie so oft? Man muss schon sagen, also manche Leute sind wirklich wahnsinnig clever. Manche Leute können sich einfach irre gut Gedanken machen und stellen sich folgende Frage. Wie sähen die Kraftgesetze in unserem Universum aus, wenn sagen wir mal das Universum vier oder fünf Raumdimensionen hätte? Oder vielleicht auch nur zwei, was natürlich nicht sein kann. Aber nehmen wir mal an, es wären mehr. Da gab es in den 16 Jahren zwei theoretische Physiker, die haben sich das ausgerechnet am Schreibtisch. Was haben die getan? Die haben gefragt, Kraftgesetz der Schwerkraft, Newton, wenn sich zwei Massen anziehen, dann ist die gegenseitige Wechselwirkung, die gegenseitige Kraft fällt, jetzt ganz langsam, fällt mit dem Quadrat des Abstandes ab. Haben Sie es? Also, wenn ich die beiden auseinandernehme um eine Einheit oder um zwei Einheiten, sagen wir mal, dann wird die Kraft um den Faktor 4 schwächer. Nehme ich die beiden Massen um den Faktor 10 auseinander in der Distanz, dann wird die Kraft um den Faktor, was höre ich? 100. Jawohl, danke, 100 schwächer. Ja, ist klar. So. 1 durch R Quadrat. Okay, legen wir mal kurz zur Seite. 1 durch R Quadrat haben wir bei der Schwerkraft. 1 durch R Quadrat gilt auch, wenn ich zwei Ladungen habe, positiv, negativ. Also Proton, Elektron. Der gleiche Fall. Die beiden ziehen sich an mit 1 durch R Quadrat. Das heißt, wie gesagt, wenn ich die beiden Ladungen auseinandernehme, die Kraft wird immer schwächer, je weiter ich sie voneinander entfernen, und zwar quadratisch. Gut. Und jetzt aufgemerkt. Wenn ich in einem dreidimensionalen Universum bin, dann und nur dann gehen die Kraftgesetze mit 1 durch R Quadrat. Also, wenn die drei Raumbedingungen, wenn die Raumbedingungsanzahl 3 ist, dann gehen die Kraftgesetze mit 1 durch R Quadrat. In jedem anderen Universum mit N ungleich 3 würden die Kraftgesetze völlig anders aussehen. Und jetzt kommt's. Wir Lebewesen können nur in einem Universum existieren, das drei Raumdimensionen hat. Warum? Weil sonst die Planetenbahnen nicht stabil wären. Nur in einem Universum, in dem die Kraft, das Schwerkraftgesetze mit 1 durch R Quadrat geht, gibt es stabile Planetenbahnen um Sterne herum. In allen anderen Universen gibt es keine stabilen Planetenbahnen. Das heißt, die Planeten würden auf die Sterne fangen und damit würde natürlich auch kein Leben entstehen. Mit anderen Worten, jetzt nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Die Tatsache, dass wir existieren, ist ein Beweis dafür, dass in diesem Universum es nur drei Raumdimensionen gibt. Jetzt sehen Sie aber schon das Problem. Die vereinigten String-Theorien wollen elf Dimensionen haben. Da haben wir ein Problem. Denn elf minus drei ist acht. Wo sind die acht Dimensionen hin? Tja, da gibt's natürlich Leute, die sagen, ja, diese acht Dimensionen, das ist das Jenseits, ja, das ist die Superwelt, die alles zusammenhält. Da könnte man doch dann also alles Mögliche hinarbeiten, die Aura und was weiß ich noch für Superschwingungen. Das zeigt also dann wirklich an, dass wir in einer gewaltigen anderen Welt leben, dass die Physiker das gar nicht so richtig beschreiben können und so weiter und so weiter. Macht ja alles sein. Physikalisch aber müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir einen Beweis für drei Dimensionen haben. Dass die Zeit läuft, das merken wir an uns selbst ständig. Countdown. Aber die anderen Dimensionen müssen physikalisch im Griff zu kriegen sein. Die müssen sich nämlich äußern in den Frühzeiten des Universums. Die müssen sich gewissermaßen zusammengerollt haben. Wie soll ich Ihnen das erklären? Stellen Sie sich mal vor, Sie haben so ein Stück Zellophanpapier. Ja, klar, so ein Stück Zellophanpapier. Das haben Sie jetzt in so einen großen Rahmen hineingespannt. Und als das Universum begann, dann hatte man praktisch ein völlig gleichmäßiges, homogenes Universum. Es war völlig zeitlos. Dieses zeitlose Universum, dieser symmetrische Zustand, das ist der Zustand, in dem alle elf Dimensionen da sind. Und jetzt expandiert das Universum, kühlt sich ab. Und dieses Abkühlen heißt jetzt hier, dass eine Dimension nach der anderen verschwindet. Das heißt, der Rahmen geht an einer Stelle auf. Sie können das von Zellophanpapier. Das kriegt man nie wieder glatt. Das wird also sofort unglaublich grisselig. Es wird praktisch wie dieser Schwamm. Sie kriegen auf einmal eine Verknotung von Dimensionen. Das, was Einsteins Raumzeit noch eben schön flach machte. Das wird bei der Stringtheorie so aussehen wie ein Schwamm. Also hier, die Dimensionen sind hier hineingerollt förmlich. Alle acht Dimensionen müssen dort hineingerollt sein. Das heißt, wenn wir heutzutage in unseren großen Beschleunigeranlagen, wo wir Teilchen aufeinander donnern und versuchen, hohe Energien zu erzeugen und damit möglichst nah an den Big Bang zu kommen, an den Urknall heranzukommen, dann müssten sich eigentlich irgendwelche Dinge zeigen von diesen aufgerollten Dimensionen. Ja? Also mit anderen, ich will es nochmal sagen, ich weiß, diese Sendung ist sehr schwer, aber man muss mal drüber reden. Man muss mal drüber reden. Es ist einfach so, dass die Tatsache, dass wir heute mit unseren Theorien auf der einen Seite, Theorien der Vereinigung, dass wir versuchen, der Urkraft nahe zu kommen oder, wie soll man sagen, dem physikalischen Gesetz für alles, was natürlich nicht stimmt. Also diese sogenannte Weltformel wird es nicht geben, die dabei herauskommt. Denn erklären Sie mir mal, wie man Liebe zum Beispiel physikalisch erklären will. Ja? Das ist ja nicht nur hormonelle Reaktionen im Kopf, sondern das sind ja ganz andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Oder wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen abends mit einer wichtigen oder liebenswerten Person an einem See in einer Vollmondnacht. Da kommen Ihnen doch ganz andere Gedanken, als wie viele Dimensionen im Universum existieren. Also Sie können solche Situationen nicht physikalisch beschreiben. Dass Physik nicht alles beschreibt, ist hoffentlich jedem klar. Nur wir kommen jetzt, und ich habe diesen Schwamm, das finde ich toll, also dieser Schwamm hat das wirklich in sich. Wir kommen jetzt an einen Punkt in der theoretischen Physik, dass wir sozusagen in die Dinge hineinschauen können und praktisch da herauslesen können, was alles passiert sein muss im frühen Universum, damit heute noch drei Dimensionen übrig geblieben sind. Tatsächlich ist es so, dass viele von uns Physikern mit dieser merkwürdigen Stringtheorie nicht so richtig glücklich sind. Denn die Tatsache, dass diese Planetenbahnen-Argumente, das, was ich vorhin gesagt habe, dass eben nur stabile Planetenbahnen in einem dreidimensionalen Universum existieren können, das ist ein unglaublich hartes Faktum. Und wir haben nicht unbedingt Zutrauen zu Theorien, in denen keine beobachtbaren Konsequenzen erscheinen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir Naturwissenschaftler leben ja davon, dass wir uns praktisch immer selber den Ast absägen. Also mit anderen Worten, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Eine Theorie ist immer nur dann gut, wenn ich sie kaputt testen kann, wenn ich sie falsifizieren kann, wie Popper das gesagt hat. Und bei der Stringtheorie gibt es ein großes Problem, weil es gibt keine wirklich guten Tests, sie kaputt zu testen. Also zu gucken, kann sie da sein, kann es richtig sein oder nicht. Es ist nicht so gut wie die allgemeine Relativitätstheorie oder die Quantentheorie. Sie haben zum Beispiel einen CD-Spieler in Ihrem Wohnzimmer und die Tatsache, dass Sie den benutzen können, bedeutet, wir verstehen viel über die Quantenwelt. Denn das, was ich in dem CD-Spieler abspielt, ist ein Laser, ist ein Lichtverstärker. Und das heißt, wir verstehen sehr, sehr viel von der Mikrophysik, wir verstehen viel über die Makrophysik, aber wir haben nicht wirklich verstanden, wie es sein kann, dass dieses Universum uns nur drei Dimensionen zeigt, aber insgesamt elf haben soll. Also in diesem Sinne muss ich Ihnen sagen, die Frage geht weiter, die Story geht weiter. Es ist eine unglaublich interessante Sache und ich werde Ihnen erzählen, wenn ich wieder was Neues davon erfahren habe. – Mainst einem – Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020